Ey, wo sind denn meine Sachen hin? Wo sind denn meine ganzen Sachen hin? Ja Leute, herzlich willkommen zum zweiten Part hier von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Das letzte Mal waren wir ja am besten so im Untergrund, unterhalb von Schloss Hyrule. Und heute geht die ganze Reise weiter. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Falls ja oder ihr sie verpasst habt, dann könnt ihr immer noch in der Playlist nachgucken. Und ich würde mich immer freuen, wenn ihr dieses Video zum Support liken würdet. Und ja, wenn du neu bist, lass doch ein Abo da. Das ist ja kostenlos auf YouTube. Passt auf die nächsten Videos auch nicht. So. Hier ist noch das Masterschwert, na? Bevor ich das übrigens hier schnell noch ziehe, kleiner Hinweis noch nebenbei für euch am Anfang des Spiels. Habe ich noch was herausgefunden? Wenn ihr die Plus da drückt, kommt ihr da hier ins Menü. Ihr habt die Möglichkeit, das Spiel zu stoppen, laden und Einstellungen. Oh. Ja, da würde ich euch anreiten, mal einen Blick hineinzuwerfen. Weil ihr habt die Möglichkeit, die Kamera, die Empfindlichkeit einzustellen. Weil das ist jetzt hier normal. Seht ihr, wenn ich das so ein bisschen so drehe? Und ich finde das schon ein bisschen, finde ich das langsam. Dann habt ihr die Möglichkeit, die ein bisschen schneller einzustellen oder sehr schnell. Sehr schnell ist es jetzt so. Seht ihr, geht sogar noch ein bisschen besser. Ich lasse es jetzt mal einfach so auf der mittleren Stufe. Finde ich eigentlich noch praktisch. Neigungssteuerung ist die Bewegungssteuerung. Wenn ihr das nicht so mögt, so beim Zielen mit einem Pfeilbogen oder so, oder ich glaube, beim Werfen einer Bombe, ich bin mir nicht mehr sicher, könnt ihr das ein- und ausschalten. Die Sprungsteuerung lässt sich hier übrigens auch ändern. Das heisst, ihr könnt die Tasten X und B oder B und X umdrehen. Das heisst, anstelle mit X zu springen, habt ihr die Möglichkeit, klassisch mit B zu springen. Und ja, dann sprintet ihr einfach mit der anderen Taste dann nachher. Müsst ihr euch einfach auch am besten daran gewöhnen. Ich lasse es jetzt mal so sein, weil irgendwie das Sprinten fällt mir ohne die Sprungsteuerung aus ein bisschen leichter. Bildschirmanzeigen gibt es ja auch noch. Da kann man ein bisschen das Overlay, worum es deaktivieren, dass man weniger zu sehen hat. Standard würde ich da auch lassen. Da gibt es unterschiedliche Sprachen, aber das lassen wir jetzt natürlich auf Deutsch. Textfenster kann man natürlich auch dunkel einstellen oder leicht transparent. Ich lasse es mir jetzt mal dunkel eingestellt. So, sehen wir, wie man den Text sieht, dass man nicht hinter dem Text was sieht, also hinter dem Text fällt. So, Master's Word. Ja, ganz easy rausgezogen. Ja, was ist denn hier passiert? Zerfressen des Monsterschwert. Zerfressen. Okay. Das Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen. Jedoch ist es vom Miasma unter Schloss Hyrule zu fristen. Das arme Schwert. Da haben wir noch eine Tasche mit Plus. Aha. Da können wir das auch dann ausrüsten. Okay, da haben wir wenigstens was hier in der Hand. So. Ja. Ein zerbrochenes Master's Schwert. Angreifen. Okay, das heißt, das beginnt hier jetzt mit einem Tutorial. Ich würde, wenn ihr die Steuerung umstellt, dann werdet ihr aber weiterhin mit Y angreifen. Aber ich finde eigentlich, mit B so zu springen, ist eigentlich gut, um mit X zu springen. Ich weiß nicht, wer von euch die Steuerung umdrehen wird. Die zwei Knöpfe Y und B. So. Aha. Interessanter Ort hier. Oh. Ich komme mir ein bisschen vor, wie bei Stargate gerade. Ich weiß nicht, wieso. Was ist hier los? Untersuchen. Erinnert mich ein bisschen an den Anfang von Breath of the Wild. Weißt du, da war so die Hand auf den Schickerstein gelegt. Ja. Aber dass er noch nicht redet. Ich bekomme gerade so ein bisschen so richtige Schrein-Vibes. Okay. Ich glaube, hier müssen wir wahrscheinlich eher weniger was untersuchen. Außer, dass es hier irgendeine verborgene Materialien oder so. Ah, geducken kann man sich auch noch. Herr Nammert, der linken Joystick. Also Steuerung ist eigentlich meines Wissens genau gleich wie bei Breath of the Wild. Und muss ich sagen, habe ich das das letzte Mal, also 2017 oder 2018 gespielt. Oder der DLC, glaube ich, im 2018 erschienen ist. Abspringen. Da gibt es jetzt einen Köpfler. Ja, schön machst du das. Schneller mit X. Okay, cool. Frist aber ein bisschen mehr ausdauert. Wir wollen ja nicht, dass er jetzt da gleich untergeht. Stellt euch vor, schon am Anfang. Der erste Game Over. Was stand hier noch? Hochspringen. Nein, das machen wir jetzt. Ah, doch. Nein. Doch, wir müssen hoch. So. Hä, ich kletterte aber relativ schnell nach oben. Da haben wir noch mal. Ah. Wobei, Moment mal schnell. Ja, Link, Link hat das so Freude daran, dass er gleich noch mal eine Runde da jumpen möchte. Ja. Ist mir nicht da irgendwie im Kreis da hinten schon gelaufen. Ah, das machte nichts. Ich werde das gleich noch mal wiederholen. Mhm. Jetzt noch mal eine Runde jumpen. Okay, das ist ja geil. Ja, ist zu schön. Ja, alle guten Dinge sind zu drei. Das ist in spezieller Stadt. Nochmal. Uh, das gibt auch ein bisschen Vibes an, ähm, Zelda Ocarina of Time ein bisschen. Es gibt ja bei den Sora, es gibt das ja auch so einen Moment, so, ich glaube, wo man irgendwie so zum König nach oben ging. Und irgendwann muss man da auch so mega nach unten springen. Das erinnert mich extrem gerade an die Plattform. Was einen mega Köpfler gemacht hat. Und, alle guten Dinge sind vier. Wie das größere Höhe ins Wasser fällt, dann leidest du keinen Schaden. Okay, das ist schon mal gut. So, moin zusammen, bin ich hier ganz alleine. Hallo, hallo, wo sind denn alle hier? Wo sind denn die ganzen Leute hier? Okay. Eine Truhe. Welchen Entwickler, dass wir dort hängen gehen, ne? Ja, ich habe ein Schwert. Oder auch nicht. Doch, hier. Hier. Ah, mit der R-Taste kann man das ja auch so ein bisschen so machen, so zielen natürlich. So. Da gibt's frische Kleidung. Haltes Beinkleid. Okay. Einfach und klassische Beinbekleidung. Sie ist zwar schon abgenutzt, aber erfüllt noch ihren Zweck. Die Sandalen sind etwas mühselig zu schnüren. Na, immerhin. So. Immer schön ausrüsten, ne? Wenn man was bekommt. Also, sofern es was bringt. So. Öffnen. Tasche öffnen. Ja, das stand schon vorne, dort. Okay. Habe ich nicht sexy aus? Hier ist ein Klitsch-Klatsch-Nass hier. Aber es macht's. Wir gehen weiter. Wow, das ist ja Bravo-Wild-Feeling hier. Jetzt wird man dort aus der Höhle kommen. Hey, wake up, Link. Wach auf, Link. Okay, anstelle ich jetzt hier aus der Höhle... Ja gut, ich bin hier auch aus der Höhle gekommen, ne? Sieht aber aus, dass... Über den Wolken. Skyward Swordless grüßen. Jetzt. Nochmal ein Sprung. Alter, die vielen Sprünge, hey. Boah, sieht das aber so nice aus, ey. Ja. Und wir jumpen. Schön runden und fliegen hier. Ja, ich muss nichts bewegen, oder so? Oh, okay. Uh, bekommt ihr auch ein bisschen Gänsehaut, wenn man das hier so sieht. Also, ich kann hier nichts drücken, oder so, ne? Jetzt werden noch geil so zwei schwarze Balknobel und unten so richtig Kino-Feeling. Da-da-da-da-da-da-da-da. Wo geht's lang? Ah. The Legend of the Legends of the Kingdom. Okidoki. Schöner Start Nehmen wir gleich auf Zum beschleunigen R halten Ja, das heißt, man kann noch schneller fallen Aber ich stecke jetzt mal nicht R Alter Wie viel mal bin ich jetzt schon Hier ins Wasser gefallen Ja Das Geile ist natürlich, wenn er einfach so rum Strampelt Dann verliert er gar keine Aussage Aber sie lädt sich hier nicht auf Es kann ja auch sein, dass gewisse Sachen sich hier geändert haben Verbessert wurden So Das ist ein Riesenland hier Riesenplattform Okay Ja Da vorne geht es wahrscheinlich raus Oder wenn man das ein bisschen so anguckt Bei diesem Spiel Da muss man so viel schauen Also sich umschauen Ich weiß gar nicht, konnte das eigentlich auch im Breath of the Wild So schnell da schwimmen Kann mich gar nicht so richtig daran erinnern So Wie schon gesagt Bitte keine Spoiler Wer weiter als ich ist Wo du mich aufgeholt hast oder so Keine Geschehnisse aus der Zukunft Immer schön zum Port kommentieren Wenn ihr was loswerden möchtet Was euch gefallen hat Was ihr cool findet Haut das raus in die Kommentare Ich nehme dann gerne die Zeit Schauen wir das dann auch mal an Ein Zweig von einem Zerfressen Zerfressen ist Monster Schwert Wow Sortieren kann man auch Geil Nach Typ Nach Typ geht es nicht für was anderes Aber ist egal Nach Typ ist auch cool Das heißt sie haben das Menü hier schon ein bisschen verbessert So jetzt habe ich ein Monster Schwert und ein Dings Sag mal Weil anscheinend Ja man sieht ja auch die Stärke davon Ah wie schön das ist So keine Musik Nur ein bisschen Vögelgezwitscher hier Ja So Und links neue Frisur Wie gefällt es euch so Sieht doch eigentlich noch easy aus oder Ja Da haben wir noch ein Dings Kleines Eine Route Da haben wir schon zwei Sag mal ja Tasche Nein es steht einfach nur zwei Aber ich weiß nicht Oder sammelt man einfach nur immer Eines auf Pilzchen haben wir auch noch hier Ein gewöhnlicher Pilz In der Nähe von den Bäumen Was Himmelsinselnwächs Ist Sinn um dein Herzen aufzufüllen Okay Das sind also Wie kleine Herzchen Die Pilzchen Ist irgendwie komisch Immer wenn ich den Den rechten Sticker unterdrücke Denke ich eigentlich Ich könnte so rennen Ich weiß nicht in welchem Spiel Das war Wenn man den linken Sticker Unterdrückt meinte ich Ich glaube wir gehen mal ein bisschen weiter Muss mich noch ein bisschen Darum gewöhnen Da haben wir noch Ah die glänzen auch noch so schön Die stapeln Ah da oben dreimal Okay Ah hier sind die ganzen Dings Ich weiß nicht was ich vorhin kurz geguckt habe Okay also das heisst die ganzen Sachen die stapeln sich nicht Die hier zum guten Glück schon Das heisst Waffen stoppen sich nicht wenn es die gleichen sind Hätte ja sein können oder so Das heisst irgendwann wird man dann ein volles Inventar haben und ein bisschen Probleme haben Und auf Bäume klettern kannst du auch schon oder Musst du es noch lernen Ah sehr schön Sehr schön Irgendwie fehlt mir noch so ein Dings da So ein Cape Also Ein Gleiter Okay was ist da vorne Uh Ja Ah ich kann auch Ich kann auch schleichen Und wenn ich die Sprungtaste drücke Dann geht das so wie schnell nach vorne Kann ich den auch anvisieren Okay hier mit Zettel anvisieren Ja kann ich auch irgendwie jumpen oder so Schneller auf die Seite jumpen Mal mit der Steuerung noch kommen Oh Erste Treffer Geht es dir noch gut? Okay Der lebt ja noch Der lebt ja noch Okay guck Wow Steine wirfst du auch noch? Okay Ich kann auch werfen Aber jetzt habe ich keine Route mehr Ja Wie soll ich jetzt den Down bringen? Wie soll ich denn jetzt besiegen? Jetzt habe ich meine letzte Route dem angeworfen Hat hier noch irgendwo was rumliegen? Ja Der Napfel hier Der gibt mir ein halbes Herzchen Okay geil Route hier Okay Junge Kann ich mich ja auch hier rollen oder so? Naja rollen kann ich mich noch nicht So Das sind die Nebenwirkungen Wenn man schon lange nicht mehr Breath of the Wild gespielt hat Naja egal Wir haben hier so eine Energie Eine Energiesphäre bekommen Material das unter Anderem Konstrukten Als Energiequelle dient Dient hier Okay Es strahlt Eine starke Eine starke Kraft Also okay Okay Alpha Kriegerskonstrukt Horn Ein Horn Das sehr scharf ist Mit dem vorsichtigen Okay Ein Horn Okay In die Hand Kann man das ganze Zeug in die Hand nehmen Ich lasse das jetzt mal so sein Vielleicht brauchen wir das wahrscheinlich später Und die Dings da oben Wie holt man die runter Rollen kann ja nicht oder? Ich bin gerade am überlegen Irgendwas Dings Oder mit Ich habe ja doch irgendwo das Masterschwert hier Sag mal Nehmen Kann man die nicht irgendwie runter schütteln Ohne dass man immer nach oben Runter Jawohl Okay Die Kraft des Masterschwerts geht zu Neigen Das Masterschwert ruht und schöpft neue Kraft Okay Easy Das kommt dann nachher wieder zurück Hoffen wir mal Steht irgendwann ein Cooldown oder so Äh Keine Ahnung Aber das kommt wahrscheinlich Hoffen wir wieder zurück Jetzt habe ich kein Masterschwert mehr Aber jetzt sprich auch mit diesen kleinen Sachen Ist eigentlich schön Ein schöner Start hier Mal schön Schönes Wetter gleich zu Beginn So Es ist wieder so ein Roboter Untersuchen So viele Sachen habe ich jetzt gerade nicht hier am Start gesehen Aber das ist geil Dass es wenigstens die Materialien stackt Immer schön ein bisschen umschauen in diesem Spiel So Oh Was haben wir denn hier Ein einfacher Stock Ein Ast wie ein Schwert Okay ich lese jetzt nicht mehr den ganzen Text Was ich da bekomme Also es ist etwas wirklich krasses Cooles Aber es ist schon mal praktisch Ja Stärke 4 Sonst noch was Also so ein Tutorial gab es ja anscheinend nicht Wie man hier so ein bisschen so kämpft Oder anvisiert Ich meine ich denke einfach so ein bisschen so neue Leute Wisst ihr Weil so wie ich das so ein bisschen so sehe Finde ich Muss man ja nicht den Vorgänger gespielt haben Um hier irgendwie ein bisschen was zu machen Und am Anfang jetzt im ersten Part bei mir Hat man ja ähm So ein bisschen so eine Geschichte mitbekommen So ich laufe jetzt mal wieder weiter Irgendwas ist da vorne Wer kommt da nämlich noch nicht drüber Was ist das ein Wesen Oh Es hat viele Rotere Oh Wie schon gesagt Ich habe die Trailers nicht gesehen Ich weiss schon ein bisschen was es ergibt Aber wie das ganze Zeugs funktioniert Oder sowas man da machen muss Keine Ahnung So Ah ich habe doch ein schwarzes Fenster ausgewählt Jetzt ist es immer noch unten durchsichtig Hat es nicht angenommen Ich habe dich bereits erwartet Meister Link Ah Der Dienerkonstrukt Prinzessin Zelda hat mir etwas für dich anvertraut Ihr Tagebuch Das Pura Pad War nicht ganz Pura Pad Ah das heißt jetzt hier Pura Pad Letztes Mal ist doch auch irgendwas mit Chica oder so Mir wurde gesagt dass Dieses wertvolle Stück den Weg weisen wird Ja Das heißt es Pura Pad Wow Sieht aus wie ein Nintendo Switch OLED Zelda Edition Pura Pad Prinzessin Zelda weiß kaum einen Gegenstand mehr zu schätzen als das Pura Pad Es hat einige für Was das hat einige Für ein Abenteuer ist das nicht die Funktion zu bieten Okay Pura Pad Okay gut zu wissen Machen wir mal schon auf So sieht die ganze Map hier am Anfang aus Aktuelle Position Okay Stempelmarkierung können wir auch machen Unten rechts sieht man sogar wie Warm es hier ist Oder kalt 7 Grad Heftig 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 Die Map sieht gerade irgendwie ein bisschen fresher aus von den Farben als dem Vorgänger Ich habe es nun auf die Prinzessin Zelda Geheiß dir übertragen Übergeben Meister Link Meines Wissens noch soll sich Prinzessin Zelda an dem Ort befinden Der auf der Karte des Pads angezeigt wird Ah Das heißt sie lebt noch Ich habe dir alles mitgeteilt was mir aufgetragen wurde Ja wo bin ich denn hier Dies ist der Garten der Zeit Uh der Garten der Zeit Da kommen auch wieder so ein bisschen so alte Zelda Vibes zum Vorschein mit Zitadelle der Zeit Aber jetzt haben wir den Garten der Zeit So erzähl mal Und das dort ist der Tempel der Zeit Aha der Tempel der Zeit In vergangenen Zeiten wurden dann diese Städte Ritten und Zeremonien des Königreichs abgehalten Ja Und du hast mir dann auch den Gleiter wahrscheinlich Doch heutzutage besucht schon diesen trostlosen Ort niemand mehr Die Suche nach Zelda Das ist die erste Quest in diesem Spiel Sehen wir das hier irgendwo da oben Die Suche nach Zelda Irgendwo gab es doch so auch so ein Menü wo man doch aufmachen könnte Hier gibt es so Aktionen Nein Vielleicht gibt es ja irgendwo noch ein Quest Menü Hat es doch meines Wissens auch gegeben Oder Plus Oder Minus Minus ist das hier Minus und dann gibt es hier das Tagebuch Aha Da ist also die Quest Da muss man auch so also lernen LOL sogar schon ein vorgefertigtes Album Warum sind das ihre Fotos die sie gemacht hat Das bin ich Löschen kann man das auch schon Und Fragezeichen Fragezeichen Okay Die Suche nach Zelda Diener Konstrukt vergessen Okay Man sieht das ja auch schon wo man hingehen muss Das finde ich ja auch cool So sonst noch was Willkommen im Garten Nein Höhe Gesprächslog Y Okay 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 das ist eine Kurzversion Begebt euch zum angezeigten Ort Okay Ja Kann man da auch schon so Dings da So da die Teile da setzen So Markierungen Tagebuch öffnen Anscheinend glaube ich nicht Oder Ah doch Ja so Aber es gibt ja auch so Lichtteile Wo man da immer auch so machen konnte Ja gut Es ist eh gleich vor mir Also eigentlich da vorne Aber wir müssen irgendwie vielleicht da rüber Weil vielleicht ist da dort auch noch was Oder hier Untersuchen wir das zuerst mal Ja Ich werde jetzt fast drüber gejumpt Ja Bevor man handelt Benutzt euren Kopf Ja vielleicht wenn wir auch Nein ich wäre wahrscheinlich gar nicht drüber gekommen Ohne jetzt nix Geleiter So Haben wir da noch was Nur ein So eine Energiesphäre Okay Die hätte ich jetzt fast nicht gesehen Oder kommen die aus diesem Teil daraus wahrscheinlich Ah unten rechts Die Icons schon Das ist noch eine angemessene Temperatur Waffen werfen Ja jetzt wird das gesagt Okay Da kann man Waffen werfen Muss ich jetzt eine Waffe werfen Dass mir das gerade gesagt wurde Krüge Die liegen einfach da am besten so rum Ja am besten Fitness Na Bedrohung erkannt Ja Ich schmeisse die schon jetzt da rum Sie sind eine Bedrohung Okay Aber keine Angst Ja Ah der begleitet mich die ganze Zeit Er kommt aus diesen Gestalten Da irgendwie Es ist ein Tender Wo du bist zum ersten Mal Ja stimmt's Ja wenn du deinen Weg fortsetzt Nimm dich vor den Militärkonstrukten in Acht Ja Ja was sind das Militärkonstrukte werden Damit du ja beauftragt Diese Himmelserlande zu beschützen Unser Schaffer die Sonau Befallen ihnen Unerwünschten Eindringen Was Befallen ihnen Unerwünschten Eindringen Den Gadas zu machen Sie werden dich sicherlich Als Eindringen betrachten Scheuer Was scheuer Daher im Kampf Gegen sie keine Mittel Vielleicht kennst du es ja schon Doch lass mich dir Eines Jener Mittel verraten Bitte höre aufmerksam zu Du solltest stets Den passenden Abstand Einhalten Und die Ziel Was Zielerfassung nutzen Statt willkürlich Um dich zu schlagen Ja Jetzt kommt das mit ZL Ich lasse dich Die Zielerfassung Mit Was Mit Freunden An dir selbst Was an mir selbst Ausprobieren Äh doch Bitte nicht wirklich angreifen Nur probieren Ja Ja Wollen wir stehen Sag mal ja Geh vor Geh vor Ja Kann man was Trainieren Kann er kein Rückwärtsalto machen Beim Schuhe Du Camp Ah doch jetzt Der Mit der Sprungtaste Nach hinten Jetzt geht's Nicht So Und was haben wir hier noch Versuchen Hey Wie viele Sachen Hab ich jetzt schon In der Tasche Jetzt bin ich da gleich voll Oder Ah oder wird das einfach Hier ergänzt Weiter da unten Irgendwie kommt es mir vor Ich hab gedacht Irgendwann geht das Ganze Noch nicht mehr so weiter So Mhm Da haben wir noch Äpfel Und wie schon Mein Master Super schwer Das ist glaube ich auch Wieder ready Oder Nein Lange brauchen Dass wir lange brauchen Dass es wieder da ist Also muss man das irgendwo Aufladen Ich weiß es nicht Schon ein bisschen Merkwürdig Dass es so lange braucht Ja gut Können wir auch so holen Ja Da oben hat es noch einen Aber da komme ich jetzt Glaube ich nicht so richtig hin Oder könnte ich den Da und da Nein Ich kann da Ja Der erste Stunt In diesem Spiel Ich glaube ich lasse das mal Oben so sein Okay Ich glaube wir sind hier Auf dem richtigen Weg Abspringen Also das ist der Weg Das ist der Weg Uff Da geht es nach unten Irgendwie noch komplett Da durch das ganze Zeug So unten durch Das sind ja auch Mega viele Secrets Da vorne Die suchen nach Zelda Aber wir können schon Eine Markierung machen Die man so gut sieht Aber ich glaube Wir jumpen mal nach unten Oh Eisgebirge Interessant Ja Und wieder Ins Wasser Oh mein Gott Da plätscht es Irgendwie nach unten Ne Frosch Hi Frosch Schön Sonst noch was hier Zelda ist jetzt auch So ein Spiel Wo man Ähm Erkundet Was ist denn Frosch hin Da vorne ist einer Muss ich mich bei dem Mann schleichen Hallöchen Komm raus Ja komm Komm mein Lieber Ja genau Genau Jetzt komm Sportkröte Eine Kröte Die oft an Gewässern Zu finden ist Wenn man sie Zusammen mit Monstern Zutaten Zubereitet Erhält man Medizin In die das Tempo Steigert Cool Sonic Link Okay Was haben wir denn hier noch Neben Wow Ey da ist auch noch eine Bleib stehen Kröte So Krass Der hat schon zu Kraft Der hat schon zu Kraft Den früheren Zelda Spielen Braucht Immer ein Kraft Anband Oh Da wohne ist auch schon einer Und ich muss eigentlich in die Richtung Ich hätte eigentlich auch so ein anderes Ding So ein anderes Schwert hier Einfacher Stock So Okay Komm mal Okay Ich muss mich noch ein bisschen einspielen in dem Spiel Oh die Waffentasche ist voll Was hat er getroppt Einfacher Stock Ja toll Kann man auch die Sachen hier schon ablegen Auf dem Boden Ja das ist ja geil Muss ich nicht immer ins Menü gehen Da kann ich einfach in dieses Quick Menü Mit dem rechten Digitalsteuer Kreuz Und kann das schnell dann ablegen Komm Mhm Digga Kann man das ja auch sortieren hier Ja so ist geil Wenn ich das so öffne Dass einfach so die stärksten vorne sind Das ist noch praktisch Schönes Wetter haben wir hier Und Nebel So Ich glaube ich bin auf dem richtigen Weg Wenn ich von da hinten gekommen bin Lauf ich mal dorthin Nebelwald Ja moin Was machen sie denn hier Kommen empfangen Das ist ein bisschen zu schnell für mich Pilze hat das viele Das ist krass wieder drei Herzchen Aber meine Markierung Die sehe ich eigentlich nicht so Eigentlich wisst ihr so von der Ferne Oh da hat es auch nochmal zwei Ja okay Ihr wollt auch noch ein bisschen Das saures Wow im richtigen Moment Ausgewichen Okay das war schon mal cool Ja den Slowmotion Effekt hier Ist schon cool So Okay Oh jetzt hat er mich erwischt Auch aufladen kann ich auch Ne Ja Okay Okay das war es wieder mit Ich hasse das Zeugs Das hier immer so zerbricht Ich bin wohl kein Fan davon Aber Nintendo möchte es realistisch Also in alten Zelda-Spiele gab es das nicht Ich muss auch sagen Ich habe viele alte Spiele gezockt Also was Zelda angeht Tja die Zeiten ändern sich Ob das positiv ist oder negativ Das ist halt auch immer so ein bisschen so eine fragliche Sache Wir sind eigentlich schon richtig Ich könnte jetzt natürlich noch ein bisschen weiterlaufen Aber so von der Zeit her Sind wir eigentlich vielleicht gerade hier richtig Ist sowieso was zerbrochen Pilze Das ist geil dass man das Zeugs da Stapeln kann So Ah das ist ja mein Kumpel Rösthemmerpilz Die Hitze beim rösten ist geschmackt Okay Oh na Das habe ich gerade geröst Doch bitte nimm es dir Ich habe es schon genommen Oder was Oh entschuldige Ich muss gerade nochmal genau hinsehen Wir begegnen uns Ja zum ersten Mal Dann hört gut zu Einer der Aufgaben von Konstrukten Ist es Leuten wie dir Diverse Sachverhalte zu erklären Wenn du also Fragen hast Wenn du dich an Konstrukte Wir werden sie Wir werden sie beantworten Soweit zu diesem Punkt Gehen wir nun zurück zum Thema Rösten Du kannst Zutaten rösten Indem du sie in die Hand nimmst Und dann direkt Neben das Lagerfeuer legst Ja Ich selbst esse ja nichts Deshalb kann ich über den Geschmack Nichts sagen Das ist für mich lediglich ein Begriff Aber von unseren Erschaffen weiß ich Dass das Rösten von Zutaten Ihren Nährwert erhöht Wenn du Zutaten hast Probiert das Rösten doch mal Hier am Lagerfeuer aus Ja ich hab schon Zutaten Kann man die Zutaten auch So ein Quick Menü öffnen Ja mit dem Steuerkreuz Nach oben Ich hab zwölf Stück Kann man gleich alle auf Schmeißen jetzt gleich alle Auf den Boden Weiß nicht wie viele Letzte Ah eine sind wir So Da ist jetzt eins in den Boden Was natürlich ja schon Ein bisschen Riecht hier So So Röst Ja das geile ist So ein Röstapfel Schau doch mal an das Herzchen Das ist ja Das ist ja Im Vergleich Ah das ist das gekochte Zeugs Schon Das heisst Okay gut Ein bisschen mehr Ein Teilchen mehr Das heisst man könnte eigentlich Um Ein bisschen mehr Herzchen zu bekommen Könnte man alle ja schnell da reinwerfen Oder geht das Ja alle aufs mal geht glaube ich nicht Oder Ja sieh an Das Feuerwerk Ja Oder einander Schön Schön Röstäpfel Sehr schön Ja aber man sollte sie vielleicht einsammeln In der Zwischenzeit Oder Also explodieren sie nicht Aber sie verschwinden glaube ich Pilze Haben wir ja Meines Wissens auch Ja Gleich mal so ein Himmelspilz Da rein Jetzt haben wir den Also das ist noch eine praktische Sache Okay gut Vielleicht brauche ich dann mal zum Kochen Irgendwie normalen oder so Jetzt wollen wir ja noch nichts Irgendwie zum Kochen oder so Ja Röst 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 Das heisst zu lange dürfen sie nicht drin bleiben Weil sonst verbrennen sie Sag mal hier Zum Vergleich zu den normalen Normalen gibt hier Zwei Herzen Nein Gerösteter Röstet 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 Zwei Okay im Vergleich zu einem Hier Das ist ja praktisch Also es gibt immer so ein Viertel dazu Okay Bro Was geht ab Was machst du hier Sieht noch cool aus Wie so ein kleines Ich weiss nicht Bitte wärme dich an diesem Lagerfeuer Wenn du immer dir der Sinn nach einer Ruhepause stellt Solltest du Zutaten mit dir führen So zögere nicht Und nutze das Feuer um sie zu rösten Zutaten rösten Ja du kannst Zutaten rösten Wenn du sie in die Hand nimmst Und dann direkt neben das Lagerbeuer Licks Habe ich ja schon gemacht Sie sollen auch eine höhere Nervette haben Und besser schmecken Okay Natürlich esse ich selbst nicht Daher weiss ich ja Ja Sonst noch was Hat er nochmal was gesagt Irgendwie Okay das ist im Moment Lieber nicht Okay Eine Ruhepause Hä wie soll ich hier Eine Ruhepause machen Steht Stand doch neben dem Lagerfeuer Und nicht im Lagerfeuer Da hat es auch noch ein paar Zeig nochmal schnell Was hat er ja Eine Ruhepause Ah gut Es geht nur ums Rösten Ich hab gedacht Man könnte vielleicht So ein Näckerchen machen Oder so Wo man dann vielleicht Das Leben zurückbekommt Oder so Wo er auftankt Aber dann Halt nicht So Können wir jetzt weiter gehen Er ist echt beschäftigt Mit dem Baum Ich denke Wir müssen mal hier nach vorne Wahrscheinlich gibt es hier auch Wiederum Irgendwelche Sachen Wahrscheinlich Aber ich geh jetzt mal dorthin Wo ich hingebe Ja Und jump Am Anfang muss man sich Dein Spiel noch da Bringen Wow Sieht noch nice aus Ich werde jetzt ja so Kröten Da rum So Ja Tempel der Zeit Was geht ab Junge Was geht ab Was geht ab Was geht ab Was geht ab Oh Ich sollte vielleicht mal aufpassen Auf mein Leben So Ah das ist doch ein normalen Hey die gerösteten Sachen Sind aber nicht Darunter zu finden Soll das ein Witz sein Hä Wieso sind die gerösteten Sachen Dort nicht Okay Okay So Gehen wir ein bisschen Auf Distanz Ja Oh der Block Sogar auch schön Oh Fall schon mal mit So Wir müssen warten Bis er angreift Und dann zurück Und greifen Yeah Ein Schild Alter Holzschild Ein alter Abgenutzer Holzschild Okay Mit ZL gedrückt halten Ja Toll Cool Das ist das Was ich hier gebraucht habe Ein Schild Aber das wird sich Wahrscheinlich Oh Verrostet das Schwert Ja Nun kann ich das Nicht nehmen Weil ich zu viele Äste Mit mir ertrage So Fünferstärke Cool Okidoki Und da vorne Ist dann Zelda Ich glaube wir machen das nächste Mal Machen wir da vorne weiter Weil dann geht es nachher Richtig los Das Ganze jetzt hier Ist ein bisschen so Erkundung gewesen Ich weiss nicht Wieso es euch gefallen hat Ich hoffe es war jetzt nicht Allzu langweilig Weil am Anfang Muss man sich da noch Ein bisschen da reinfuchsen Und dann Und dann geht es nachher Erst Richtig ab Dann würde ich mal sagen Sehen wir uns nachher In der dritten Folge wieder Bei dieser ersten Aufgabe Und ja Bis dann noch eine gute Zeit Und tschüss zusammen Und dann Vielen Dank.